Wie ist die Partei der Diskussionsveranstaltung? Und der Fokus auch dieses Abends ist eher der 1. September und nicht so sehr der 24. September. Der 1. September nämlich der Antikriegstag und der 24. denn der Wahl. Und Sie werden nichts von mir über die Vorzüge und auch die Nebenwirkungen einer Wahl der Linken hören, sondern hier geht es wirklich darum, einmal das, was Antje auch schon gesagt hat, was so etwas aus der Aufmerksamkeit auch der traditionellen Medien und der herrschenden Medien geraten ist, über die Hintergründe dieses immer noch andauernden Krieges in Syrien zu erfahren. Und Sie werden uns aufmerksam gemacht. Und Sie werden uns aufmerksam gemacht. Vielen Dank.